So, heute habe ich hier die wunderschöne Nero One GT bekommen von der SAT Online in Bar mit dem goldenen Kästchen. Special Edition ist es. Wunderbarer Litzenrad, wunderbar verarbeitet. Normal 10 Meter Kabel. Dieses Special Edition hat jetzt da 13 Meter Kabel. Das ist die Nero One. Und dazu natürlich den wunderbaren Spider Beam. Extra dick, die dünnen da sind extra dickwandig da. Das ist noch eine Öse ober dran. Speziell dickwandig da. Das sieht man da. Wunderbar da. Wunderbar verarbeitet da. Das ist die 10 Meter. Die 10 Meter Spider Beam hier. Okay, das wär's gewesen da. Unser Lamm der Halbi. Die Nero One und Spider Beam. Bis später. Bye bye. Be wieder. Musik 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 Vielen Dank.